BAM 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 YABADABADAM 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 WOW YOSHI Ja moin moin meine lieben Yoshis und ein herzliches Willkommen zu diesem kleinen Dankeschön Video denn ich muss Danke sagen 300 Abonnenten auf YouTube ihr Lieben ihr seid der Wahnsinn Danke für eure ganzen Likes, Abos und Aufrufe und was weiß ich nicht alles Dislikes, was auch immer ihr mir zukommen lässt Eure ganze Werbung, Unterstützung und euren Support. Leute, ich danke euch ganz, ganz doll vom Herzen dafür, dass ihr mich so unterstützt. Leute, ich kann es nicht glauben, vor anderthalb Jahren habe ich angefangen mit 0. Bin jetzt bei 300. Mein 200-Abo-Special ist noch nicht mal ganz vorbei. Und jetzt muss ich mir schon den Kopf um ein 300-Abo-Special machen. Und ja, ihr Lieben, es wird eins kommen. Es wird eins kommen, aber ich brauche noch ein bisschen Zeit dafür. Habt daher bitte Verständnis, wenn das noch eine Weile dauern wird. Weil aktuell bin ich noch dabei, neue Aufnahmen zu machen. Und die haben erstmal Vorrang. Wenn das alles erledigt ist, ihr Lieben, verspreche ich euch, werde ich mich an das 300-Abo-Special setzen. Und was kommen wird, verrate ich euch natürlich nicht. Ihr sollt ja überrascht sein, na? Ich darf euch aber vieles verraten. Oder einiges. Und zwar, ihr werdet euch bepissen vor Lachen. Ich hoffe, ihr werdet es genauso lustig finden wie ich. Und ja, ich brauche dafür halt noch ein bisschen Zeit. Weil, na, Arbeit und das alles, ihr wisst ja, das frisst halt sehr viel Zeit. Aber auf jeden Fall sei gesagt, vielen herzlichen Dank für eure Unterstützung. Und ich hoffe, ihr werdet weiterhin ein Teil meines Yoshi-Rudels bleiben. Und ich darf weiterhin euer Alpha-Yoshi sein. Ja, ihr Lieben, ich sag dazu nur vielen herzlichen Dank. Wir sehen uns auf jeden Fall in meinen Videos wieder. Und ich kann euch nur raten, wenn ihr nichts verpassen wollt, Leute, klappt die Infobox auf. Dort findet ihr alle Links zu meinen Social-Media-Profilen. Sprich, Facebook, Twitter und natürlich auch meinen Twitch-Kanal. Lasst dort ein Follow da oder ein Abo oder ein Like, was auch immer. Und dann verpasst ihr keine Infos, egal was kommt. Ganz genau, ihr Lieben. Denn meine spontanen Streams werde ich ja, wie gesagt, nicht mehr ankündigen. Und eine kleine Änderung darf ich euch schon mal sagen. Und zwar, meine Videos werden nicht mehr 30 Minuten lang werden. Also, habe ich jedenfalls nicht mehr vor. Sondern ich will es jetzt demnächst auf 20 bis 25 Minuten zurücklegen. Weil ich doch schon merke, 20, 25 Minuten reichen vollkommen aus. Ich habe es gemerkt, als ich bei meinen Kollegen reingeschaut habe und alles nachgeholt habe. Und da war ich dankbar, dass es nur 20 Minuten Videos sind. Und ich weiß, es geht einigen so, die einiges erst nachholen müssen. Ja, oder dabei sind nachzuholen. Ja, da ist das schon anstrengender. Aber, wie gesagt, ansonsten wird alles genauso weitergehen wie bisher. Genauso verrückt wie bisher. Genauso chaotisch wie bisher. Und so möchte ich auch bleiben, denn das ist euer Drake. That's Drake Live. Ja, ihr Lieben, nochmal, wie gesagt, vielen herzlichen Dank. Und ich hoffe, ihr werdet weiterhin ein Teil des Rudels bleiben. Also, ciao, ciao, ihr Lieben. Euer Drake.